Hallo liebe Filmverliebte und Filmlook-Bastler, mein Name ist Tim und heute schauen wir uns das neue Tool FPE-Mix an und wie man damit sogenannte Film-Print-Looks erzeugen kann, kurz FPE genannt. Manchmal wird eine FPE auch PFE genannt, also dann einfach andersherum Print-Film-Emulation statt Film-Print-Emulation. Und was macht nun so eine Film-Print-Emulation? Sie emuliert, wie der Name schon sagt, wie das Bild aussehen wird, wenn es auf einen Print-Film gedruckt wird. Und wozu druckt man überhaupt Filme? Ganz einfach, wenn ein Film in mehr als nur einem Kino gleichzeitig gezeigt werden sollte, musste man Filme kopieren. Und genau dazu wurden sie vom Original auf solche Print-Filme kopiert, also gedruckt. Man kann also vorab ein solches Aussehen simulieren. Klar, das gilt dann natürlich immer nur für einen ganz bestimmten Filmstock. Ein Filmstock ist ein analoges Medium, das für die Aufzeichnung von bewegten Bildern oder Animationen verwendet wird. Es wird mit einer Filmkamera aufgenommen, das ist auch klar, und danach entwickelt und bearbeitet und am Ende mit einem Filmprojektor auf eine Leinwand projiziert. Ist also sozusagen ein Filmstrip. Typischerweise werden solche Emulationen als Latz erstellt, sind aber immer schlussendlich spezielle Filmemulationen, welche auf einem bestimmten Material, also einem bestimmten Filmstock basieren, wie zum Beispiel dem Kodak Vision 3 200T Farbnegativfilm 7213. Wenn man also sehen, wie ein Look nach dem Druck bzw. Kopieren auf einem Print-Film aussehen wird, lädt man eine solche Latz. Und wozu soll das gut sein? Ganz einfach. Mittels einer solchen Vorschau kann man vorher genau steuern, wie es nach dem Druck, also dem Kopieren des Films, aussehen soll. Das Bild. Wir reden also von analogem Film oder noch anders formuliert, wir reden davon, einen Filmprint-Look zu emulieren. Und genau das wünschen sich ja immer so viele von euch. Deshalb haben wir genau dafür FP-EMIX entwickelt. FP-EMIX ist ein Tool, mit dem man solche Filmprint-Emulationen erstellen kann. Und zwar sehr einfach, intuitiv und sehr, sehr fein. Aber wir gehen dabei einen anderen, eher untypischen Weg, denn wir haben eben nicht einfach nur eine Filmprint-Emulation für ein oder mehrere exakte Filmstocks erzeugt. Dafür gibt es auch bereits einige gute Tools, sondern wir wollten ein Tool entwickeln, welches einen generalistischen Ansatz und damit viel mehr kreative Freiheiten bietet. Mit FP-EMIX kann man jeden beliebigen Look in einen Filmprint-Look verwandeln, ohne dabei an einen bestimmten real existierenden Filmstock gebunden zu sein. Mit FP-EMIX können sogenannte Filmprint-Looks im Handumdrehen individuell erstellt werden und auf eigene Bedürfnisse angepasst und sogar noch in den Skintones individuell ausbalanciert werden. Filmprint-Mix dient also nicht dazu, eine exakte Vorschau eines tatsächlichen Drucks, eines bestimmten Stocks zu emulieren, sondern bietet die Möglichkeit, einem Look einen individuellen Filmprint-Effekt zu verleihen. FP-EMIX ist einfach zu installieren, ganz einfach zum Effects-Panel gehen, hier nach DCTL suchen, DCTL auf eine Note ziehen und dann hier oben im Dropdown-Menü nach FP-EMIX suchen und auswählen. Fertig. FP-EMIX bietet ganz oben mit dem G-Slider, G steht für Global, eine Möglichkeit für eine ganz einfache und schnelle globale Filmprint-Emulation. Das heißt, es wird für das gesamte Image ein Druck emuliert. Standardwert ist 0 und bedeutet keine Veränderung. Je höher man den Slider zieht, desto stärker wird dieser Filmprint-Look. Um diese globale FPE nutzen zu können, muss man hier unten die Checkbox Global FPE aktivieren. Wenn man das Häkchen wieder entfernt, schaltet man diese Global FPE wieder aus. Wenn man eine ganz individuelle FPE erstellen möchte, nutzt man statt dem Global Slider die sich darunter befindlichen Slider für die jeweiligen sechs Vektoren Cyan, Magenta, Yellow, Red, Green und Blue. Mit Hilfe dieser Slider kann man also im Gegensatz zur globalen FPE die jeweiligen Vektoren individuell einstellen. Möchte man also beispielsweise die Print-Emulation für Cyan recht stark, aber für Yellow etwas schwächer haben, ganz einfach entsprechend nach Bedarf die Slider einstellen und fertig. Die Einstellung ist sehr fein und es können dadurch sehr gut abgestimmte Filmprint-Emulation-Looks erstellt werden. Damit bietet FPE-Mix Freiheiten, die nach unserem Kenntnisstand kaum ein anderes Tool bietet. Mit FPE-Mix kann man CY, also Cyan, Magenta und Yellow als Primärfarben verwenden oder auch Red, Green und Blue. Das obliegt ganz eurem Geschmack und wie ihr am besten damit arbeiten wollt. Wir empfehlen zunächst mit drei Vektoren zu beginnen, also zum Beispiel mit Cyan, Magenta und Yellow und anschließend mit Rot, Grün und Blau noch fein nachzuregulieren. Man kann auch ganz einfach eine globale Filmprint-Emulation erstellen, dann das Häkchen herausnehmen, mit den Slidern darunter eine individuelle Emulation erstellen und dann mit Sätzen des Häkchens zwischen der globalen und individuellen Filmprint-Emulation hin und her schalten. Es wirkt also immer entweder die globale oder die individuelle Emulation. Oft möchte man beim Erstellen eines Filmprint-Looks die Skintones noch gesondert einstellen können. Viele Tools bieten dafür keine spezielle Möglichkeit und man muss umständlich über andere Tools nachjustieren. Mit FPE-Mix hat man mit dem S-Slider, S steht also für Skintones, die Möglichkeit Skintones gesondert zu justieren und somit die Skintones etwas mehr oder etwas weniger nach Filmprint-Look aussehen zu lassen. Man kann sogar die Skintones etwas zurücknehmen, denn natürlich werden sie durch die Vektoren Yellow und Magenta schon beeinflusst. Null ist wieder der Standardwert, Werte darunter, also negative Werte ziehen die Dichte etwas heraus, Werte darüber verstärken die Dichte noch zusätzlich für die Skintones. Gleich unter dem Slider für die Skintones befindet sich der Slider für die Vibrance. Mit diesem Slider kann man eine Vibrance wie in Photoshop einstellen. Die Mathematik ist nicht exakt die gleiche, kommt der von Photoshop aber sehr, sehr nahe. In FPE-Mix wirkt die Vibrance jedoch noch etwas feiner. Mittels des Vibrance-Sliders kann der Look also noch zusätzlich angepasst werden. Werte über 0 erhöhen die Vibrance, Werte darunter verringern diese. In DaVinci Resolve gibt es bis jetzt keine Möglichkeit eine Vibrance ähnlich der in Photoshop oder Lightroom einzustellen. Color Boost ist zwar dafür gedacht, funktioniert aber leider etwas anders, als man es von Photoshop, Lightroom oder anderen fotografischen Tools kennt. Mit FPE-Mix hat man also nun einen solchen Vibrance-Slider für die Erstellung von Filmprint-Looks zur Verfügung. Noch ein abschließender Hinweis. Alle Funktionen sind rein mathematisch umgesetzt. FPE-Mix wurde von professionellen Coloristen und DEOPs, aber auch Filmemachern und normalen Anwendern getestet. FPE-Mix kann man für alle Log-Formate und auch für Asus verwenden und natürlich auch für ganz normales Rack79 und Gamma24. Und es funktioniert auch hervorragend für HDR. FPE-Mix ist auf Filmentor erhältlich. Link findet ihr in der Description. Es gibt auch eine kostenlose Demo-Version. Beide enthalten noch einmal eine Beschreibung des Tools in Form einer PDF. FPE-Mix arbeitet prima mit Color-Mix zusammen. Color-Mix und FPE-Mix sind aufeinander abgestimmt und man kann mit beiden Tools sehr schnell professionelle Looks erzeugen. Beide Tools gibt es jetzt auch als Bundle. Guckt einfach auf Filmentor Academy unter dem Menüpunkt Tools. Da findet ihr auch das Bundle. Also ihr lieben Farbschubser, bleibt wie immer schön bunt und macht's besser.